Kekur 11, die Delta-Lieber-3, Hotel Delta, Delta vom 4, der Romeo, guten Abend, St. Beene, 59031, der Name Heike, und der Deokart, Charlie 06, Roger. Alles klar, und danke schön fürs Reinkommen. Viel Spaß noch, ciao. Bravo, bis Kekur. Oh, das ging jetzt zu schnell. Danke, Beatrice, schön, das Wohl zu hören. 59032, der Name Heike, und Charlie 06 geht zurück. Und bitte deine Daten nochmal. Alles klar, super. Ja, freut mich, wir hatten noch gar kein QSO, dass wir uns heute mal hören, hervorragend. Ich danke dir, 833 geht zurück, und man hört sich. Die Kekur 11, die Delta-Lieber-3, Hotel Delta, die Heike. Die Kekur 11, die Delta-Lieber-3, Hotel Delta. Hotel Bravo 9, das ist Hotel Bravo 9, Gold Whisky 6-ray. Hotel Bravo 9, bitte? Ja, vielen Dank, Heike, das ist Hotel Bravo 9, Gold Whisky 6-ray. Ja, hier ist heute die YL-Aktivität der Mädels. Und wir machen hier so einen kleinen Contest, ich gebe dir die laufende Nummer 933, der Name Heike, und der DOK-Zahl 06. Heike, ich gebe dir deine laufende Nummer, bitte. Ja, werde dann die 001, die ist die erste, die ich jetzt heute auch vermischt habe. Aber das ist auch gut. Hm, das ist das Beste. Na, ich muss mich an. Lass einfach mal meinen Flugzeichen eignen, bitte. Alles klar, mein eigenes Flugzeichen ist Delta Lima 3, Hotel Delta, oder? Okay, Delta Lima 3, Hotel Delta, und du hast mir die Nummer 30, oder? Nein, 30, so, das ist das Beste, merkt mir. Und, ja, dann wünsche ich mir alles Gute, und bitte, 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 bitte. Alles klar, danke schön fürs Reinkommen, ja, es sind noch einige Mädels auf dem Band heute. Und, ja, es lohnt sich durchaus, da noch ein bisschen umzudrehen. Viel Spaß noch, und danke fürs Reinkommen, 88, zum nächsten Mal. Ja, 80, ich will dich ja auch kurz sein, morgens, ein guter Montag, dann bis 2, 3 mal, mach's gut. Danke schön, den Kuhweiler-Party, Delta Lima 3, Hotel Delta. Vielen Dank, auch so, Herr Jürgen, Romeo Main. Schöne guten Abend, zum 2, 034, der Name Heike, und Charlie 06. Ja, klappt super, zurück geht zum 2, Glauben, Nummer 10. Wir machen den nächsten Radio, ich will nur bei Jürgen, wie das ganz los ist, ja, alles klar. Und viele Grüße nach Sachsen. Danke schön, nach einer Achtung, tschau. Ja, tschau. Ja, tschau. Ja, tschau. Ja, tschau. Vielen Dank.